In diesem Video möchte ich euch eine Anleitung zeigen zum Haupt-E-Stack auf der Karte Liberty Falls bei Black Ops 6 Zombies. Ich habe das E-Stack gerade abgeschlossen und in diesem Video zeige ich euch wie ihr das auch machen könnt. Fangen wir auch direkt mal an. Schritt Nummer 1 ist ihr müsst Packer Punch aktivieren. Dazu folgt ihr einfach der Markierung auf der Karte wenn ihr das Spiel joint und wenn ihr in dem Raum seid dann seht ihr auch schon links einen Generator. Wenn ihr mit dem interagiert dann wird es kurz weiß hier auf dem Bildschirm und nun brauchen wir die Wunderwaffe die Jet Kanone und ich zeige euch jetzt wie ihr die baut. Ihr braucht nämlich drei Teile dafür und das erste Teil bekommt ihr wenn ihr am Friedhof Zombies tötet und irgendwann spawnt dann so ein Bauer so ein Farmer Zombie hier der Wächter. Wenn ihr den umbringt dann droppt euch so einen goldenen Schlüssel und mit diesem Schlüssel könnt ihr hier die Scheune aufmachen. Ich zeige euch das mal. Ihr geht hinter dieses Gebäude geradeaus durch und dort ist eine Scheune. Einfach interagieren auch wenn da nichts steht und hebt dann das goldene Teil auf. Nun kommen wir zum zweiten Teil. Und hierfür braucht ihr nämlich ein Ventil und dieses findet ihr hier am Blumenladen. Geht einfach am Fenster und interagiert und ihr werdet sehen dass ihr ein Wasserventil aufgehoben habt. Ich sehe das bei mir im Spiel nicht aber wenn ich davor stehe und interagiere dann habe ich es aufgehoben. Mit diesem Ventil geht ihr jetzt in die Bowlingbahn und jetzt müsst ihr dort an der Wand den Kasten aufschießen und das Ventil platzieren und gedrückt halten bis es voll geladen ist. Das kann natürlich etwas schwerer sein weil hier eine Menge Zombies sind. Ich würde euch empfehlen nehmt ein paar Täuschgranaten mit oder wenn ihr einen Kumpel habt dann soll er die Zombies so lange trainen. Ansonsten müsst ihr das so wie ich immer halt mit kleinen Abständen machen und umlaufen und Zombies töten. Immer wieder am Ventil drehen. Ihr dürft natürlich nicht zu lange geweckt bleiben weil sich das sonst wieder zurücksetzt und wenn ihr das dann voll geladen habt dann droppt auch so ein goldenes Ding auf dem Boden und das hebt ihr auf und nun habt ihr Teil Nummer 2. Kommen wir zu Teil Nummer 3. Und hierfür braucht ihr einen Mangler oder ihr braucht die Punkteserie diesen Manglerarm weil ihr müsst jetzt diesen Laden da aufschießen diese Tür gegenüber vom Comicbuchladen. Da ist ein Radioladen mit so einer Metalltür mit so einem Gitter und der muss aufgeschossen werden mit dem Manglerschuss. Wenn ihr das gemacht habt könnt ihr auf dem Boden hier an diesem Müll rumwühlen und dort wird auch ein goldenes Teil sein. Ich brauche jetzt gerade ein bisschen weil ich stehe auch immer ein bisschen unter Druck aber wenn ihr genau hinguckt seht ihr hier ist noch ein goldenes Teil und wir haben jetzt alle drei Teile für die Wunderwaffe. Mit diesen drei Teilen geht ihr zum spawnen hier zum Motel in der ersten Etage links und Vorsicht hier werden jetzt eine Menge Zombies aus der Tür kommen. Diese tötet ihr natürlich denn in dieser Tür befindet sich eine Werkbank und mit dieser Werkbank könnt ihr dann die Wunderwaffe bauen. Wenn ihr dann die Wunderwaffe habt dann geht in den Comicladen und saugt hier diesen Kanister runter. Das ist einer von drei Teilen für das LGT. Das zweite Teil befindet sich neben Speedcaller hier oben am Fenster. Normalerweise solltet ihr es direkt rausziehen können. Bei mir ist es etwas verbuggt und es ist weiter rechts vom Fenster wie ihr vielleicht sehen könnt also muss ich da ein bisschen improvisieren und falls ihr das Teil auch habt fehlt nur noch ein Teil und das befindet sich in der Kirche. Geht in die Kirche rein dreht euch um und dann oben links. Wenn ihr alle drei Teile habt geht auf das Dach von der Bank und baut das LTG und danach begebt euch zur Kirche. Hier habt ihr eine dunkle Wolke und könnt das LTG platzieren und jetzt müsst ihr eine bestimmte Zeit das LTG beschützen. Aber ihr könnt wenn ihr wollt in der Zwischenzeit einmal in die Kirche hier reingehen und in diesem Gerät seht ihr schon da guckt ein ETHER Kanister raus und diesen ETHER Kanister nimmt ihr dann. Denn den brauchen wir gleich. Ihr könnt euch noch natürlich Zeit lassen und erstmal ganz in Ruhe diesen LTG beschützen und danach das mit dem Kanister machen. Und wenn ihr das dann gemacht habt und der Time abgelaufen ist wird hier ein Boss Zombie spawnen und diesen müsst ihr am besten erstmal low schießen weil den müssen wir dann mit einer Falle töten um unseren Kanister aufzuladen. Dazu platzieren wir am besten unseren Kanister hier an der Falle und wenn ihr den Boss dann low geschossen habt könnt ihr die Falle aktivieren und dann müsst ihr den in diesem lilanen Kreis töten um diesen ETHER Kanister aufzuladen. Falls ihr das mal nicht schaffen solltet und der Boss Zombie euch irgendwie anders wegstirbt dann ist das kein Problem. Ihr könnt in der nächsten Runde einfach wieder zu diesem LTG gehen interagieren und dann wird ein neuer spawnen. Wenn ihr den Kanister dann aufgeladen habt hebt den auf und packt den wieder in den Generator. An der linken Seite vom Generator könnt ihr jetzt ein Teil aufheben und das ist dann eure Taktikgranate. Und nicht vergessen das LTG wieder mitzunehmen weil das werden wir gleich wieder brauchen. Als nächstes müssen wir drei Projektoren umstellen und hierfür brauchen wir unsere neue Taktikgranate dieses Messgerät. Wenn ihr das aufmacht dann seht ihr das leuchtet komplett rot und ihr seht aber bei mir ist jetzt noch steht hoch und da ist so ein grüner Balken das heißt ich muss diesen Satelliten hier auf grün machen. Als nächstes gehen wir zum zweiten Projektor und der befindet sich auch wo wir bei der Scheune waren und dort ist auch so ein Projektor und hier seht ihr ist es komplett grün mit so einem roten Touch und wir machen das auf rot und danach fehlt nur noch ein einziges Teil und das befindet sich wenn ihr hier oben auf die Bank geht klettert hierfür wieder auf das Gebäude wo Speakcola war seid euch rüber und dort ist eine kleine Barrikade die ihr dann aufbrechen müsst. Und wenn ihr das gemacht habt ist hier noch ein Satellit und wie ihr seht ist bei mir komplett rot doch es war noch grün und es ist noch grün und ich habe es auch auf grün gestellt und wenn ihr das dann gemacht habt dann seht ihr hier überall so laser strahlen und das öffnet uns den weg für unseren letzten Schritt und hierfür müsst ihr dann wieder das LTG unter der Wolke platzieren und das beschützen und wie ihr seht wird durch diesen Laserstrahl hier das Ding zerstört und hier kommt jetzt ein Etherkanister raus und diesen müssen wir gleich ebenfalls aufladen. Ich platziere das schon mal hier an der Falle und wenn man Solo spielt dann hat man auch genug Zeit seht ihr ja das Teil muss sich beschützen aber die Zombies kriegen das nicht so schnell down. Und wenn der Timer dann abgelaufen ist dann spawnt hier wieder einen Boss-Zombie diesen würde ich am besten wieder lauf schießen denn den müsst ihr wieder mit der Falle töten neben dem Kanister um es dann aufzuladen. Ich habe den Kanister jetzt mal hier vorne hingestellt weil ich das da auf der anderen Seite bisschen eng fand und wenn ihr den dann umgebracht habt dann müsst ihr den Kanister wieder aufheben der ist nämlich geladen und den bringt ihr wieder in die Kirche. Wenn ihr dann fertig ausgerüstet seid dann müsst ihr hier mit dem Generator interagieren dann wird der Raum eingesperrt und ihr müsst drei Wellen hier überleben. Das ist ein bisschen schwer Leute. Ich würde euch empfehlen lauft hier im großen Bogen weil es werden auch Boss-Zombies spawnen und hierfür würde ich auch Kasimir-Granaten mitnehmen oder Affenbomben. Die Wunderwaffe ist auch sehr sehr stark wenn ihr die zweimal gepanscht habt das reicht. Ich zeige euch mal wie ich das gemacht habe. Ich habe immer die Pumpgun in die Hand genommen, bin so im großen Bogen gelaufen, habe gewartet bis sich meine Wunderwaffe wieder auflädt und immer wieder meinen Explosionsschuss getriggert. Besonders eklig wurde es als dieser Mega-Scheuser hier gespawnt ist. Das hat mir das Leben echt schwer gemacht. Ich bin noch einmal down gegangen um ehrlich zu sein und sobald ihr das dann hier beendet habt und alle Zombies getötet habt dann wird dieser Generator explodieren. Ihr werdet down gehen und somit habt ihr dann das Easter Egg beendet. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, lass jetzt ein kostenloses Abo da, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!